Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Minecraft Fakten. Und ich habe wieder schon Sachen ausgesucht aus allen Sendungen. Und auch heute sind... Also heute sind zwei Sachen von mir, die keine anderen nicht gestimmt haben. Und... Ähm... Sieh jetzt selber auch ein Fakten aus dem Knabbi auch gefunden. Ich meine, die echt cool sind. Und... Mein Inventar ist ziemlich leer eigentlich, oder? Ähm... Sind ein paar sinnlose Fakten, aber eigentlich nur ganz gute Fakten. Und... Für die Stimmung stelle ich euch jetzt vor. Äh... Wie immer, ähm... Wenn ihr Sachen wisst über Minecraft, dann schreibt es mir bitte per PN auf YouTube. Und wenn der Fakt richtig ist, dann ist es noch gut, dann ist es ein Video mit dem Zido. Eigentlich mit nicht. Und... Ich will euch sagen, geht's jetzt los mit Fakt Nummero Eins. Die ersten beiden Sachen sind gesagt von... Mir. Und... Der erste Fakt ist, wenn wir von... Wir sind... 2216 bis die Blöcke, dann werden wir unsichtbar. Aber natürlich in 5 Uhr los. Das heißt, wir sind jetzt ganz normal. Aber... Achtung, jetzt sind wir mal weg. Oder oben. Und... Und... Sind wir da. Oben gucken, sind wir wie weg. Das ist echt. Wir sind euch ja da. Und hier schon, das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist komisch. Das ist echt komisch. Ähm... Das ist echt... Ja, das ist echt... Ja, das ist echt... Ja, das ist echt... Und jetzt hier rumfliegen und wir brauchen den F3 und B für. Das haben wir gemacht. Wunderbar. Ich bin gleich mit mir ein bisschen vorbonatieren. Ähm... Ich bin gleich, wenn sie noch ein bisschen komisch aus jetzt. Ähm, wenn wir jetzt hier... Wir haben jetzt hier... Zwei Blockrootebox, ne? Aber wenn wir jetzt hier rumfliegen... Dann haben wir ein Blockrootebox. Das ist komisch. Das sollte definitiv nicht so sein. Oh mein Gott, wie viel Schafe. Das ist echt... Ja... Sehr... Sehr... Komisch und... Ja, das wären... Fakt Nummer 1 und 2. Vortrag von Jonas Emmerler schreibt, Du bist über das Secret-Settings hinweg. Und dieser Fakt ist richtig. Ähm... Wenn wir jetzt hier mal... Jetzt in der SC drücken... Und ihr wisst ja... Und ihr wisst ja... Die Optionen sind auch nicht... Super Secret-Settings noch. Also dass man hier so... Umkopfbild oder so halt, ne? Ihr kennt das bestimmt. Aber wenn wir jetzt in der Option gehen... Dann gehen wir nicht mehr. Skin, Customation, Musik & Sounds, Control, Chat-Settings... Super Settings, Visual Tags, Language... Oder Video-Settings, aber... Super Secret ist auch nicht bei Video-Settings. Wenn wir die auch nicht hier... Und das ist echt... Sehr, sehr komisch, ähm... Aber... Ich hab's sowieso nicht genutzt, das heißt... Ich was an komisch dran ist. Ich hab's eh nicht genutzt, von daher... Ich... Ich hab's... Ich hab's auch immer so komisch. Aber... Ja, dieser Fakt ist richtig. Ich... Die Vier-Sache ist... Mal stark kurz... Was er oder schreibt... Skillet fährt der Revenien... Indem nach einiger Zeit selbst. Und... Dieser Fakt ist... Kann ich jetzt leider nicht zeigen... Weil ich jetzt hier nicht... Damit in die Kötter-Mods drin habe. Aber ich hab ein bisschen rumgeforscht... Und ich kann euch sagen, dass er effektiv wichtig ist. Ähm... Dass... Die... Herzen nach einer Zeit wieder... Friedrich von Lein auffüllen. Aber ich kann's echt nicht zeigen... Weil ich hab' gesagt... Ich hab' nicht mehr mit drin. Aber ich kann's auch echt... Mal selbst austesten. Ähm... Wenn das Kletz... Äh... Fertz-Born... Mal mit damit durch eingehen. Äh... Und dann einfach mal nachgucken... Ob das an die Gestunde... Aber ich kann ruhig versichern... Es stimmt tatsächlich. Ähm... Ja... Und... Ja, ich kann's ja ganz einfach nicht zeigen... Weil... Ich sag's... Und... Wird auch so nicht so lange dauern... Aber... Es stimmt... Tatsächlich. Gut, das wär's dann... Und... Fakt... Nummer... 4... Und die 5. Sache ist... Von Matthew Quackner schreibt... Hab' nen coolen Fakt... Nämlich... Wenn man 2 1x1 Tümer aus den Kisten drügeinander baut... Und in die Ecke Wasser setzt... Kann man an den Kisten hochschwimmen... Und das ist echt... Der coolste Fakt... In der ganzen Folge... Zwar wir haben hier... So ein Tür... Und ich weiß jetzt auch so... So kann auch natürlich... Diese beiden Tür weglassen... Aber ich hab' noch so gemacht... Sieht mir die coole aus... Und wir können... Wir können... Das heißt... Wir gehen mal hier hin... Ich seh' schon diese... Blower Blasen... Und ich kann mal ein letzteres verdrücken... Und dann kann man hier einfach... Hier... Wo schwimmen... Und das ist echt... Diese... Eine Pixel hier... Dieser Pixel hier... Der durch geht... Nicht... Bei den Kisten besetzt ist... Dieser Pixel hier... Dieser Pixel reicht aus... Das wir da hochschwimmen können... Und da ist echt ein cooler Aufzug... Dass ich auch hier auf dieser Seite... Und auch hier... Jetzt auch... Und hier auch... Und das ist echt... Ein sehr sehr nicer Aufzug finde ich... Ähm... Und tschüss...